So, Verlosung. Rein heraußen zur Verlosung von meiner kleinen Versteigerung, was ich Schnitt gehabt habe. Jo, siehe war es die Marlm und grüß euch die Burm. Jo, ich bin heraußen und möchte euch... Schau, was weiß ich. Weiter mache ich noch einmal Kart neu. Die hat es ja zum Verlosen gegeben. Da habt ihr eigentlich nur in den Text eine schreiben müssen. Jo Freunde, Servus. Dann würde ich bieten, dass er mir seine Adresse zukommen lässt. Das ist ja wieder Fliegen drin. Jo, Servus die Marlm und grüß euch die Burm. Jo, was gibt es heute? Genau, es gibt die Verlosung von meiner kleinen Anleit, der S10R Parton 3. Auf die warten jetzt schon viele. Ich habe mich jetzt extra rausgegeben. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich im Augenblick mitgemacht habe. Aber ich glaube, es sind knapp unter 50 sind dabei. Jetzt habt ihr es eigentlich nur in dem Vorstellungsvideo von meiner Perun Mini nur darunter schreiben müssen, ich will haben. Und die sind mit im Topf. Ich werde das Ganze aber dann daheim auf dem PC auslosen. Mittels einem Zufallsgenerator. Aber ich wollte eigentlich das Ganze ein bisschen heraussen ansagen. weil sie eben heraus schönes wieder haben. Ja, im Endeffekt werden wir jetzt nicht lange um ein Dumm reden. Ich würde dann den Gewinner bitten, dass er mir seine Adresse zukommen lässt. Meine E-Mail können wahrscheinlich eh die meisten, aber das Ganze ist im Impressum, ist das Ganze noch einmal zu finden. Da steht meine E-Mail-Adresse noch einmal drinnen. Da meldet ihr euch dann bei mir. Da werden wir dann auch Wochen warten. Falls sich keiner in der Zeit meldet, dann wird das Ganze noch einmal verlassen. Und wenn ihr innerhalb von der Woche meldet, dann kriegt es natürlich der. Wie gesagt, schickt es mir eure Adresse zu und ich lasse euch dann das Lamperl zurückkommen. So, und was machen wir jetzt? Jetzt schalten wir das Ganze einmal in die Innenstelle. Ja, und schon befinden wir uns daheim auf dem Rechner. So einfach geht das. Da ist das Video von der Olight. Den Link werden wir kopieren. Den setzen wir da ein. So, dann werden wir das Ganze natürlich noch filteren. Ich will haben. Schauen wir einmal, wie viele da mitgemacht haben. 48 Leute fahren dabei. Ja, und da werden wir das Ganze nicht länger hinhalten, sondern schauen wir einmal, wer der Gewinner ist. Und ich würde jetzt sagen, wir starten jetzt einmal. Los geht's. Ja, und da haben wir unseren Gewinner. Der Gewinner ist der Thorsten H., auch wieder ein Kumpel aus Deutschland. Der hat zwar keinen Kanal. Schauen wir einmal. Ja, der hat zwar keinen, der macht keine Videos, aber der ist schon lange ein Abonnent von mir. Ja, Herr Thorsten, in dem Sinn herzlichen Glückwunsch dazu. Und wir schalten jetzt gleich wieder um in die Außenstelle. Also, bis gleich. Jo, Freunde, jetzt sind wir wieder in der Außenstelle angelangt. Es ist egal, ich weiß natürlich noch nicht, wer gewonnen hat, weil das 3 Jahre nicht nachher, sondern alles vorher. Aber auf alle Fälle herzlichen Glückwunsch an den Gewinner, oder Gewinnerin, ich weiß es noch nicht. Aber, wie gesagt, schickt mir bitte eine E-Mail zu eurer Adresse zu. Per E-Mail steht im Impressum. Und dann schicke ich euch das Lamperl zu. In dem Sinn kann ich einmal sagen, danke fürs Mitspielen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. In dem Sinn, Servus die Mahlen und Pfiat euch die Wurmen.